Die 10-Teile gibt schon die Mega-Schulbox um nur 19,99 Euro, das heißt 5 Euro sparen. Auch auf Libro.at, Libro, da musst du hin. Jetzt kannst du es in der Hand mit deiner einzigen Stimme, abstimmung jetzt, jetzt deine Zeit, ich? Das ist ein 6.04.at, 10, 20, 30, den Sieger jetzt, wer auch immer das jetzt sein wird, den gibt's gleich jetzt 5.9. Schönen Tag ist in der Spiechenstudie zu schrecklichen Szenen. Ich bin in Österreich gekommen, auf dem drunter kentert ein Bundesheerboot, das im Zuge einer Kreuzkämpferanstaltung unterwegs war, hat eine Berlesung in das Boot geschwackt sein und hat es schließlich zum Kenter gebracht. Eine 22-Jährige und eine 18-Jährige haben sich nicht mehr aus eigener Kraft retten können. Sie haben eine Kettungsaktion, sagt mir Michael Bauer vom Bundesheerboot. Was für den Tag gut war, dass eine große Übung der Feuerwehr zugleich unabhängig von dem Boot-Hemstab gefunden hat.